Was war das überhaupt für ein komischer Übergang? Oh, hallo! Ich geh mal lieber runter, bevor er mich sieht. Oh, ich bin über irgendein Glas rüber gelaufen. Das darf man also nicht. Da, das Glas! Wenn über Glas läuft, hören sie es also. Das ist schon mal interessant. Das wusste ich nicht. Der hat das gehört. Und läuft selber übers Glas jetzt. Ah, nein, hier ist keiner. Hier ist keiner. Dreh dich um. Na toll, hat nicht geklappt. Ich konnte ihn nicht schlagen, das war fail. Nein! Ich will ihn nicht! Lass mich! Lass mich! Sonst brennst du! Oder auch nicht. Na, ich dachte, er verbrennt, wenn ich eine Feuer-Aero abschieße. Ich kann ihn auch nicht schlagen, das ist doch... ...ne Verarsche. Das war halt super fail, weil ich dachte, er ist glaube ich hier ruhig rüber, ist jetzt auch egal. Ich dachte, wenn ich dann hinter ihm herrenne, dass ich ihn dann mit Kuh schlagen kann. Auch wenn er mich entdeckt, weil es in dem Moment dann egal ist, dann kann ich ihn eh schlagen. Aber nein, kann ich nicht. Ich kann ihn nur die Leute von hinten ausnehmen. Von vorne kann man sie natürlich nicht schlagen. Das war ja viel zu einfach. Die hat Dokumente. Ach, hier hätte ich mich drin verstecken können. Na. Raus! Tchuuu! Okay. Hier ist eine Lampe, die mach ich lieber nicht raus. Wenn man da rüberläuft, geht's kaputt. Das wollte ich mich nur noch mal vergewissern. Jetzt habe ich natürlich Feuerpfeile schon von fünf Feuerpfeilen vier verbraucht und habe nur noch einen. Das war jetzt semi-optimal. Feuerpfeile wird man bestimmt später noch gut gebrauchen. Wie auch immer. Ist jetzt auch egal. Nettes Besteck nehme ich mit. Ich darf nicht wieder über ein Glas laufen. In dem Moment, wo ich sage, laufe ich natürlich wieder über ein Glas. Ich wäre kein guter Dieb. Naja. Kann ja nicht jeder ein guter Dieb sein. Hier kann man durch. Da kann man sich wieder nur drin verstecken. Muss man alles ausloten. Da oben ist noch was. Da will ich doch noch mal hin. Das will ich doch mitnehmen. Was auch immer das ist. Wahrscheinlich sehr wertvoll, weil das sehr versteckt ist. 45 Gold, ja. Wie ich es mir gedacht habe. Warum kommt hier jetzt so ein komisches Geräusch? Ich verstehe es gerade nicht. Hat mich wer gehört? Das kam gerade ein Geräusch. Und Musik. Ich dachte, ich wurde gehört. Ich würde es nicht mehr auf dem Boden achten, dass man nicht über Glas läuft. Oder Man könnte bestimmt über Glas laufen ohne... Man könnte bestimmt, äh... Irgendwas wollte ich... Ich muss jetzt ein Pfeil benutzen, ähm... ...über Glas laufen, wenn man Steuerung drückt und so langsam geht. Mit Steuerung kommt man ja auch leise durchs Wasser. Und mit Steuerung würde man bestimmt auch leise übers Glas laufen können. Ich hab Angst. Tschüss. Es ist ja nicht so, dass ich direkt neben dir saß. Oh, es sind ja zwei. Lauf! Lauf! Die haben mich eh nicht gesehen. Ausweichmanöver eingeleitet. Geh ruhig wieder weg. Ich bin bestimmt verschwunden. Ich dachte, da war nur einer. Aber der eine hatte die ganze Zeit mit einem geredet. Oh, da ist er. Wäre mal interessant zu wissen, was so eine Pfeile mit Menschen machen. Da haben wir ein perfektes Versuchsobjekt. Oh, er weiß jetzt auf jeden Fall, wo ich bin. Oh, ich bin. Also, die Pfeile machen echt nicht viel Damage. Hallo. Hallo, ihr beiden. Hallo. Guck mal, ich hab auch... Oh, die können ja schießen. Lauf zu schießen. Ich wollte dir noch was zeigen. Ich hab hier noch eine Flasche. Da. Was werft ihr denn da? Lauf zu werfen. Ich muss gerade kurz meine Pfeile raussuchen. Da sind sie. Ich hoffe, der macht jetzt vernünftig Damage. Nein. Wenn man daneben schießt, nicht. Nein. Sorry. Das war einfach nur dumm. Die nimmste Action. Aber auch dumme Sachen muss man tun. Was? Ach, jetzt bin ich hier wieder gespawnt, sozusagen. Naja. Machen wir es diesmal richtig. Auf G oder so konnte ich diese Teile für den Fokus essen. Ich glaub, das mach ich gleich mal. Ich brauch nämlich mehr Fokus. Oder? War das nicht so? Ach, vielleicht hab ich mich auch vertan. Oh. Nein. Das hat er bestimmt gehört. Das hat er bestimmt.